k tai wuuh tanana nanana Du ist Ignasi Story, du bist 34 5 hast du meine Ausbildung abgebrochen Magen wir Cale Deine Scheißkiss, Digga! Als Schlaue, Digga, hast du dir meine Ausbildung abgemacht? Hast du Geschwister? Ja. Aber wie viele? Ein 21-jähriger Bruder, der ist älter ... Nein, hast du noch eins, du Huretsohn! Du bist ne vegan mit 21, fack mich nicht ab, du Huretsohn! Wie kann ich ne vegan sein mit 21? Du nutzt erstmals Schwanz, Digga, du Huretsohn! Digga, bist du gar nicht! Du bist ein Kind, Digga! Wo ist deine Winde, du Hurensohn? Digga, ich schwäng an deine Mutter, ich bin gleich die Fresse, du Hurensohn! Du schwenk jetzt gar nicht! Du schwenk jetzt das kleine Kurvenglas, wo deine kleine Essikurke rausgekommen ist, du Hurensohn! Digga, ich schwäng an deine Mutter, jetzt hält die Fresse, anstatt der große Fresse! Du hast die große Fresse, Digga, was du sagst! Digga, du siehst auf wie ... Digga, du ... Nein, du bist ... Du kommst nicht der Alman, du Hurensohn! Du bist eine volle Wiege, Digga! Nein, der pusht gar nicht! Oh mein Gott, hab ich ihn auseinandergenommen! Der pusht, der pusht! Hab ihn! Echt? Echt jetzt? Okay, ich komm! Wo ist er denn? Der Typ hieß ... Ich töte ihn mal, dass du Leben bekommst! ... Hinten hab hier auch noch ne Auto, komm! Komm zu mir! Schieß, schieß sie an ... Ne, 200 Setz! Super, ist der dumm ... Die Junge, der wollte einfach angeln und ... ... war jetzt einfach Reshots ... Ich lasse noch nicht übereinander reingerammelt, die Arme, oh Gott. Flickstopp. Muss mit bisschen Flickpakt reden. Ja, jetzt, jetzt. Was? Okay, der Sub, der ist gegiftet. Okay, der Sub ist gegiftet. Das muss ich kurz gucken. Du bist verstehen geblieben. Das hat ihn unkling gemacht, aber es war schon sicker Schuss. Okay. Was hast du gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Das war ein 390 Meter Snipe. 200. 200! 200! 200! 200! Let's go, let's go, let's go, get shot. Karma mein Freund. Niemals Snipe mich. Wenn du mich snipest, dann Headshot Snipe, ansonsten kriegst du den zurück. BAM! Das ist der letzte. Ja, hier. Oh! Nein! Wanko! Ja, was für den Check.net? Das muss, Digga. Das zählt noch, das zählt noch. Und Lay wieder tot an Tag. Beste Waffe. Beste Waffe. Beste Waffe im Spiel eigentlich. Ja, aber das ist halt das Problem. Bruder, du musst halt nur drauf halten. Ja, aber das ist halt das Problem. Du musst halt echt nichts machen damit. Nix, gar nichts. Du musst dich mal aim machen. Was? Was ist der Scheiße? Ey, ich hab ja so ein gutes Aim. Guck mal, was das ein Headshot Snipe ist, Junge. Wenn ich nicht gutes Aim hab, Junge. Was? Ich heiß K-Line. Ich heiß K-Line. Ich heiß K-Line. Ich heiß K-Line. Die wollen, glaub, hinten raus aufs Dach. Warte. Ja, der ist hinten raus aufs Dach. Warte, chill, 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 chill. Der ist oben auf dem Dach. Der ist oben auf dem Dach. Head. Knock, 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 knock. Communication is key, baby. Der andere kommt. Oh mein Gott. Gott. Wat. Ja. Bye, ne. W?- H. 9 00. W- Hey, shit, K-Lip, K-Lip. Was. 8 00. K-Lip, mach K-Lip. W- Nein, ich bin, ich bin aufbaut. Ich bin Also wenn er mich herrlich tötet. Oh, oder? Füllkopf. Ich bin so ein guter Spieler, Chat. Das war auch nicht schön. Nein. Das war so ein Quickscore, holy shit. Let's go. War nice. Der war nice, ja. Was? Schön. Lass mich verarschen. Was ne Scheiße. Was? Was? Clip, Clip, ganz schnell. Bitte, 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 bitte. Clip, Clip, bitte. Bitte irgendeiner. Bitte Clip das. Bitte. Nein. Nein. Du warst. Nein. Du warst. Nein. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das für ein Flick? Oh mein Gott. Die hat die Gilt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es mal kippen. Frag mich gerade auf, der weiß wo ich bin. Ah der weiß wo ich bin, guck mal. Der guckt hier in den Stream rein. Werder weiß wo ich bin, egal. Krass. Dafür gibt es das hier. Oh nein, 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 du armer. Du brennst. Du brennst. Was burda? Ist das der Ray Renegade? Was burda? Ist das Ray Renegade? Ist das Ray Renegade? Was soll ich sagen? Renegade. Ich gehe raus. Wie gehst du raus? Bitte Anfrage nehmen. Jetzt habe ich alles gesehen. Den Clip brauche ich. Den Clip brauche ich. Da schneide ich das Safe raus und mache das hier als Sound. Hör. Nämlich in die Rade. Wann geben wir es jetzt in der Erde aus. Wie ist das? азbauen wir es? Oder bis weiter. Das ist ein ganzes Halbis. Bis zum nächsten Mal.